Pfingsten steht vor der Tür, eine heiße Zeit für den Umsatz. Pfingsten steht vor der Tür, jetzt auch Kaufländer Schweinfurt, wo seid ihr? Wir wollen auch als Rentner irgendwann von unserer Rente leben können. Dafür müssen wir auf die Straße gehen und jeden Cent erkämpfen, weil geschenkt wird uns gar nichts. Heute ist kein Arbeitstag, heute ist... Schweinfurt! Gebt mir ein S, der erste bricht zusammen. Gebt mir ein T, ein R. Ein E, ein I, ein K. Wie heißt das? Wie heißt das? Schweinfurt!